Hey, einige von euch werden sich vielleicht an diesen Motiv sich hier erinnern. Ich habe Pummel-Lurf letztes Mal auf Schuhe gemalt. Diese beiden Zeichnungen, die sind nicht von mir, sondern von meiner Freundin. Sie wollte auch unbedingt Schuhe anmalen und sie hat sich am Ende für Shaggy und Ralex so entschieden. Hier ist einmal Shaggy und wir haben beide Motive tatsächlich gemeinsam gemalt. Und dazu gibt es kein YouTube-Video, aber ich wollte euch das trotzdem zeigen. Für heute habe ich das Thema, wie ihr sehen könnt, Harry Potter. Ich habe insgesamt vier Motive auf ein Paar Schuhe gemalt. Heute zeige ich euch Motiv 1. Viel Spaß beim Zuschauen. Eure Binoa von Bino's Art. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.